Die Sicherheit der Kunden steht bei uns absolut im Fokus. Und wir investieren Jahr für Jahr 160 Millionen Euro für die Sicherheit. Wir werden gegen Hooligans radikal vorgehen. Wir werden einen Beförderungsausschluss sofort nach Bekanntwerden von Straftaten an Ortenstelle aufsprechen. Für mich steht im Mittelpunkt, tagtäglich die Sicherheit der Kunden zu erhöhen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017